ja also wie gesagt dieser der der vulgen der findet heraus dass du nicht reichkopf bist und möbelte ich erstmal so dermaßen zusammen dass ich Sonne so eine folter-szene da kriegst du so einen sack in meinem kopf und dann wirst du mit wasser gefoltert Die mussten sogar bei teil 3 haben sie sogar zensiert ein bisschen die usk die haben einfach ein bisschen was rausgeschnitten bisschen weniger blut drin weil eigentlich hat er mehr blut geflossen als es am endeffekt im spiel drin war Und und auch diese diese elektro Die elektro farben also diese blitze die sind original richtig sind blauen hier bei uns sind also in der deutschen fassung sind sie so weißlich gemacht worden und außerdem diese diese aufblitzenden des skelettes wurde weil sie retuschiert oder so oder weniger deutlich gemacht keine ahnung Da müsste man auf auf die seite Schnittberichte.com gehen da solltet ihr mal gucken dann könnt ihr genau was sehen dann gibt einfach das spiel ein medica solid operation snake eater und dann dann sieht ja auch dann die vergleichsbilder Was jetzt genau ist dann könnt ihr euch Einheitlich ein bilder aufgeschnitten also Also könntet auch da wegen teil 2 gucken vielleicht auch teil 4 keine ahnung habe ich da in dem sind noch nicht geschaut Ob Ich glaube nicht teil 4 sei glaube ich nicht aufgelistet ja und auf alle fälle Obwohl es es gibt eine aber da Ja es gibt ich sag's mal so wir waren ja dabei dass wohlgön erstmal snake zusammen gemöbelt hat weil er vermutet ja dass er nicht nur Einen ausschalten will sondern auch an das erbe der philosophen rankommen will das weiß aber big boss ehrlich gesagt nicht er hat er weiß von dem erbe der philosophen aber seine aufgabe war es nicht das erbe der philosophen zurückzuholen Das denkt aber wohlgön nicht wohlgön denkt das ist nämlich die genau die aufgabe der hat und Er tut erst mal weil so kula weil er weil der checker hat das fertig gestellt und Er meint sukulov hat jetzt Das versteckt das er das versteckt wo das erbe der philosophen sich auffällt Er hat und wie sukulov verraten und deswegen macht er sukulov fertig bringt ihn um Und dann folgtet er folgtet er big boss und Da kommt immer mehr zum vorschein dass es und einen spion in der basis geben muss und die Vermutung fällt immer mehr auf tatjana die in kognito in wahrheit die iva ist Weil die iva ist als geliebte von vulgen getarnt heißt aber und in der basis heißt es tatjana aber in wahrheit ist es heißt sie iva Tatjana den namen habe ich schon mal gehört ja ja und Ja gerade ozelots hat sie sehr schwer unter verdacht aber Der boss konnte immer noch weil sie weiß dass sie eine tarnung plus ist Tutte was alles dafür dass die tarnung aufrechterhalten blut auch in diesem fall und Ja Weil er jetzt weil wir wollen jetzt auch vermutet ist der boss und die was was vor ihm verheimlicht Verlangt er dass sie ihm weil sie hat ihm ja ausgebildet ein auge rausstechen soll Was sie nicht macht aber Dadurch Dass ozelot aber jetzt tatjana bedroht mit der pistole und Vielleicht erschießen wollte so in dem sinne also endlich schon Geht big boss dazwischen und er verliert ein auge das sieht man auch wer das auge verliert So entsteht zum beispiel das ist ja das gute so weiß man zumindest schon mal warum die big boss am ende noch ein auge hatte Und er wird dann kurzerhand in die zelle geschmissen Und er sagt der vulgen sagt bloß noch kommen mein zimmer zur tatjana also was das heißt wissen wir ja Und Jetzt kommt drei sachen Wenn du in die zelle geschmissen was von big boss Ich glaube drei oder zwei sachen Zum einen gibt es ich glaube zwei oder drei geheime sachen die du bei in der zelle machen kannst Von zweien weiß ich auf alle fälle Und zwar Zum einen Kannst du wenn du du kriegst eine ration reingeschmissen wenn du in der zelle bist von der wache Die jo übrigens johnny heißt So Eine anspielung auf die wache von teil 1 Und es ist so Du kriegst von dem jedes mal eine ration reingefeuert in die zelle und du musst genau wenn er kommt die ration Zu ihm wieder zurückschmeißen Durch diesen durch 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 die durchreiche musst du das machen Du schmeißt durch die durchreiche die ration Dreimal dann wenn dir wenn der an deiner zelle vorbeikommt dieser johnny Wenn du das dreimal gemacht hast kommt eine zwischen sequenz Dann labern sie drum warum er johnny heißt dass es eine familie voller johnny's gibt und so weiter und so fort dass er endlich Ja das ist sein das ist der Vater von dem johnny aus dem ersten teil Ja das Dass er halt die amerikaner eigentlich gar nicht mag und das eigentlich das was er jetzt macht überhaupt nicht möchte und so Und es ist so dass er dann Dann musst du l1 oder 1 drücken und dann siehst du im nahen wir ganz Geheimlich dir ein foto hin zeigt wo auf der rückseite ein code zu sehen ist den eingeben kannst Um aus der zelle zu kommen Ähm wenn diese zwischen sequenz beendet ist Kann man äh Weitere sachen machen Ich glaube man kann da so eine albtraum sequenz starten Ähm ich glaube dafür muss man Und was bestimmtes machen ich weiß es nicht mehr entweder nochmal neu starten oder da kann man so eine albtraum sequenz starten Von big boss und man kann sie nachspielen Da wacht er dann plötzlich äh aufgeschreckt äh im bett der zelle auf und so Ähm ich weiß es nicht mehr genau wie geht das nochmal wahr aber man kann da so eine albtraum sequenz kriegen Ähm Ja Aber ich weiß auch nicht mehr genau wie das nochmal war aber aber es gibt sowas ja Und wenn du jetzt zum Beispiel das mit dem foto jetzt nicht gemacht hast oder hast du es nicht gewusst oder so Dann kommt später im verlauf ich weiß jetzt nicht wo ob das nochmal in den folterraum ist Äh dann äh ja da taucht er äh hinter hinter wolgen oder hinter ocelot noch äh der äh der sorrow auf Der hält dann so eine tafel mit dem äh mit diesen ausrechnen Den du dann über deinen ähm ja funkt den eingibst wo du dann Das ist so eine art wo du ja sonst eigentlich radiosender und und du diese radio sequenz äh kannst du ja die ähm die schloss dann ähm auf Aufbrechen oder besser gesagt aufhacken sozusagen und dann öffnet sich das dann Mhm Ja Ja es ist es ist äh ähm du musst da viel mit dieser mit dieser möglichkeit weil du kannst äh bei gewissen zwischen die grenzen l1 und r1 drücken um Quasi alles aus einer anderen perspektive zu sehen das ist manchmal hilfreich nicht immer aber hilf manchmal auch hilfreich um gewisse Sachen zu sehen die du so nicht siehst Und ähm das war hilfreich du gibst diesen Code ein du kommst aus der Zelle raus und Eva hat Deine Klamotten Geklaut Um äh sie dir dann zurückgeben zu können Und du flüchtest erstmal aus der Basis weil du bist schwer angeschlagen und du musst dich sowieso erstmal ausruhen und Ich glaube das ist nicht gesund länger in der Zelle zu bleiben weil ich glaube wolgen kümmert sich dann richtig um einen Ähm es ist dann so du flüchtest dann in die Kanalisation Die Basis wird alarmiert dass du abgehauen bist und die regeln die Kanalisation ab Du renn äh Tust dann von Hunden wegrennen die die Russen auf dich hetzen Das fiert auch noch geil Und äh mit Hunden weißt du ja Resident Evil Power weil äh ne kennst du dich auch aus Und äh Und äh Es ist so dass ähm Ja du rennst vor den Hunden weg und dann stehst du plötzlich vor so einem großen Abgrund mit Wasser Äh wo normalerweise ist ein normaler Mensch niemals reinspringen würde Das Problem Ja das ist aber wenn wenn ich mal ähm kurz mal was einwerfen Das ist auch äh ein aus einem bekannten Film glaube ich Äh zu Ja hier die ähm hier Ich glaube auf der Flucht damit Mit äh weiß ich Ich weiß nicht mehr wer damit Ich glaube der hieß bloß auf der Flucht Ach Der aus Man in Black Ja nee in der Ich meine jetzt der Darsteller Der ich glaube ähm Doch auf der Flucht Nee Wesley Snipes Weiß nicht Ja 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 aber ich meine jetzt den anderen der ihn verfolgt Will Smith Der hier aus Man in Black Äh Tommy Lee Jones Nee nee den anderen ähm Ja genau Tommy Lee Jones war doch auch da eine Rolle Der hat auch den Plätsisten gespielt Weil da ist auch eine Frau die flüchten muss Weil da ist es eine Es gibt einen Film wo eine Frau als Doppelmorder bezüchtigt wird Und die muss ständig von der Polizei fliegen Und Tommy Lee Jones ist äh einer der diese zurückholen muss Ach nee nee das ist äh das ist äh nicht Wesley Snipes äh sondern äh Harrison Ford ist das Das hieß bloß aus auf der Flucht ja und wie war das mit Harrison Ford Kann schon sein Ja auf alle Fälle kann man sagen Das glaube ich das Kojima nimmt sehr viel äh 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 Filme als Vorbilder Der hier mit Wesley Snipes heißt auf der Jagd Genau Ja ich weiß aber jetzt nicht welcher Film jetzt die Szene hat mit dem Das ist ein Bruchteil von der Skullens Szene Du musst schon wissen wie genau der Film hieß um da nachschauen zu können Und selbst dann Aber wir wissen auf alle Fälle das ist von einem Film Und äh er springt da rein Nicht aus äh aus Geige Sondern weil ganz einfach das Problem ist Dass Ozilot mit seinen russischen Kumpels da ankommt Und ihn abknallen möchte Und das möchte er ja natürlich nicht Also springt er kurzer Hand rein Ähm Übrigens vorweg Ähm wir haben vergessen zu erwähnen Dass wir auch einen Waffenexperten Äh in unserem Unterstützungsteam drin haben Der heißt Sigund und ist Der DARPA-Chef aus dem ersten Mittel G-Solid-1 Teil Und er und er und er äh Gehört der Ich glaube der gehört da schon DARPA an oder so Bin mir jetzt nicht sicher Oder gründet erst Ne er gründet erst DARPA Er gehört noch nicht Und äh ja und Perameric Perameric ist die Dr. Clark Die von Gray Fox getötet wird Ja genau Als sie Weil sie kümmert sich darum Dass Gray Fox von Menschen zum Ninja mutiert quasi Ähm Ja Auf alle Fälle äh ist es so Ähm Dass du entkommst Kommst dann Dann kommt eine Anhauchen Naja Liebesszene würde ich nicht sagen Eine halbnackte Eva Die sich erstmal trocknen muss Die gerne an dir rumschmatzen tut Oh geil Aber du erwiderst das nicht Weil du dabei zu tun hast Eine Schlange zu fressen Gart Eine gebratene Schlange Ja Ja die äh Heißt ja immer noch Operation Snack Gitter Also sie sitzt Er und sie sitzen am Lagerfeuer Und er frisst eine Schlange Eine gebratene Schlange An so einem Stäbchen Ja und Lass dich auch mal dran kauen Sagt die dann so Und währenddessen er Mampft Während er mampft Er regelt die sich Schlange am Stil Und ähm Ja kommt auf ihn zu Und schmatzt ihn auf einmal ab Ja vielen Dank Snack Und so Dass du Dass du mir geholfen hast Und so Ähm Er erwidert das aber nicht Er erwidert das aber nicht Weiß ich gar nicht Aber sie ist Ja ich sag's mal so Es ist Es ist ähm Sie ist leicht bekleidet Und sie regelt sich Aber sie ist Gegensatz zu anderen Charakteren Glaubwürdig Warte mal sie regelt sich Was meinst du denn damit jetzt Ja die hat so ein Bikini Ja so ein Bikini Äh An oder so Oder was Sie hat ne So ein Bikini Oberteil So ein schwarzes Und hat so ein Ähm Weiß ich nicht Also Die hat Bikini Äh Bikini Unter Unterteil kann man nicht sagen Die sieht irgendwie so aus Wie so Äh So ein Kürbisfisch So nennen die Japaner Diese komischen Aufgebauschen Was hast du da Ich hab ein Kürbishöschchen Ja Muss Ja Ne Muss mal bei Google eingeben Kürbishöschchen Dann siehst du das Was das ist Das ist so ein Wort Für so ein Äh Für so Für die Kürbishöschchen Kürbish Kürbishöschchen Ey wenn du Wenn du hier mit Perversen versauten Stringpangers und sowas Ankommst Kürbis in der Boxershow Rein zu tun Ich geh auf Ich spinne Auf Bilder Also naja so War mir doch klar Das war mir Ja klar Weißt du was mir hier Angezeichnen wird Kürbis auf einer Boxershow Dann Das ist Das ist gut Dann hier so eine Gefüllte Teigtacke Mit Kürbis Äh Eine Schüssel Eine Brille Eine Barbiepuppe Emily Erdbeer Strumpfhose Dann so Komische Hose Ich weiß nicht Was du da eingegeben hast Wenn ich Ich hab Du musst das Getrennt Schreiben Getrennt Du hast doch gesagt Kürbis Möschen Oder? Höschen Möschen Höschen Du bist Du bist Eine Kneipptüte Diese Ersten Bilder Die du siehst Da Mit diesem Mit dem Weißen Das ist das Was ist das Alternatübiges Alternatübige Wäsche Daraus Was man in den 60ern So getragen hat Damals Oder so Sogar meist Im Mittelalter Sieht mir das Mehr aus Ja auf alle Fälle Ähm Äh Ist es so Dass die sich Dann wieder anziehen Weil Ach ne Da kommt ja noch Eine lustige Szene Es hängt davon ab Wenn Du kriegst Einen Sender Reingedonnert Von Von Ozolot Glaube ich Oder du hattest Vorher schon einen drin Und jetzt Kommt es drauf an Wenn du in der Zelle bist In der Zelle Kannst du ihn Mit dem Messer Rausholen Oder nicht Und glaubt es mir Wenn ihr den Messer Wenn ihr das Messer Wenn ihr mit dem Messer Den Sender Der euch verfolgt Rausholt in der Zelle Verpasst ihr die geilste Szene Also ganz ehrlich Die ist voll lustig Die Szene Ähm Eva weiß Dass du diesen Sender Drin hast Und will ihn rausholen Ne Und dann siehst du Nur noch Schatten Ähm Da siehst du von der Höhle Quasi den Ähm Wo sie sind Siehst du quasi Eine Wand Und Schatten Und Und da siehst du bloß Kommentare wie Ja äh Ich wusste gar nicht Dass er so klein ist Und ja Hauptsache er macht Arbeit Und so richtig Versaute Anspielungen Gibt es dann Und Ja 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 so Dieser gleiche Gag Wie damals Aus Austin Powers Ja mit dem Schattenspiel Ey das sieht so lachen Ey ich musste so lachen Als ich das erste Mal Das gesehen habe Mein Gott Was für Versaute Entwickler Ja so Ja aber So ist Die Idee Wojima Aber das ist so Lassig gemacht Also so versaut Angespielt Und gleichzeitig Auch lustig Wahnsinn Das ist Hammer Auf alle Fälle Ähm Ja die ziehen sich Wieder an Und ähm Sie fotografiert In Zurückversicherung Damit er sie nicht verrät Und sie tun Sie tut inzwischen Sie tut inzwischen Sich auf eine Brücke Äh zu einer Brücke Begeben Um da zu viel zu Ähm Deponieren Um die Brücke hochjagen Zu können Weil ähm Die haben ja vor Checkout zu kaputt Zu machen Und so Und das wird Und das wird Wolken Nicht gefallen Und deswegen müssen sie Einen Fluchtweg haben Den sie dann Absperren können Wenn man so will Und äh ja Die trennen sich Big Boss geht Ähm In Sagen wir mal In die Äh wie nennt man das Ähm Ins Lagerhalle Oder beziehungsweise Dort wo es Schellgeholt entwickelt Und fertiggestellt wurde Tut C4 an die Tanks anbringen Weil ne Äh Wäre gut Wenn man den Schellgeholt Kaputt macht Bevor er aktiviert wird Leider schluckt das Fehl Weil de Boss Und Wolken Und so Zlott haben den Braten Gerochen Und haben auch Iva gefangen genommen Wie sie das Erbe Der Philosophen Äh Klauen wollte Töte es Bevor es Ei Legt Und äh Es ist so Ähm Big Boss Äh de Boss sagt Ne warte Ich kümmere mich um Iva Schalte du mal schön Hier Ne Kümmer du dich um den Rest Und so Dann sagt er Okay Nimm du das Erbe Der Philosophen an sich Was ein Riesenfehler war Weil Ne Wie sie später herauszillt Ist de Boss selber scharf Aufs Erbe Ähm Und es ist so Ähm Sie ist weg Und Ozelot ist noch da Und Wolken Ist doch noch da Und Big Boss Und Wolken Und Ozelot sind sie auch nicht mehr grün Weil Ozelot hat noch eine Rechnung Mit Big Boss Offen Und er möchte sich eigentlich um ihn kümmern Aber Wolken sagt halt Ich schnauze Ich kümmere mich jetzt um ihn Ähm Und äh Dazu kommt es jetzt zum Endkampf Und es ist so Auch hier kann man ihn mit Betäubung ausschalten Die Wolken Oder man Man tut ihn Da gibt es so eine Ähm So eine Leitung Oder so eine Wasserleitung oder so Oder Wenn man die kaputt schießen tut Und er steht drunter Kann man ihn irgendwie schwächen Und kann ihn anschießen Aber ich habe es meistens Äh Auf eine ganz einfache Methode gemacht Ich habe die Schrottflinde genommen Bin ihn mehrmals im Ruhekreis Und habe ihn in den Rücken geschossen Und habe ihn so erledigt Allerdings Äh Wenn er Blitze auf dich schmeißt Während du Eine Waffe gezückt hast Kann es sein Dass du Äh Dass die Munition quasi Verpufft In deinem Inventar Und ähm Ich weiß gar nicht Ich glaube du Es kann sogar sogar sein Dass du Ne das ist bei The Boss Bei dem Kampf gegen The Boss Ähm Ähm Ne bei Wolken ist es dann Äh Der kann wirklich Deine komplette Muni Geh in den Arsch gehen Ohne dass du einen Schuss Abgegeben hast Also musst du Ja wenn du die Waffe ausgerüstet hast Wenn du die jetzt weggepackt hast Dann passiert nichts Aber wenn du die in der Hand hast Dann Ähm Dann Dann ist die Munition Dann aus dem Die in der Waffe ist leer Dann musst du dann wieder alles nachführen Ja weil die wird hier pulverisiert Durch die Blitze von Wolken Ja So ich hab hier mal Was ist das diese Eva Oder Eva oder wie die heißt Wo die hier Sex Ja ja Naja Er holt sie da Die Kugel Ja aber es ist Aber es ist Glaubt mit der Szene Ist so witzig Ey da kann man sich kaputt lachen Ja Ich hab mich auch Äh ich hab nochmal Auch nochmal geguckt Die ähm Was ich jetzt eben gemeint habe Mit den äh mit der Unterwäsche Wie man sieht kann Da ist es doch Ähm Bikini Unterteil Ähm ich hab mich geirrt In der ersten Begegnung Hat sie Diese komische Ähm Motorradfahrer Hose an Und äh Das ist das was Was Weil sie hat sie Die Hose So halb an hatte Da Das Teil sah so aus Wie so ein Kürbisfürschen Da Ich hab mich also geirrt Also die hat Nicht direkt So ein Ding Sondern Es ist nur dieses Äh Filmmaterial Von dieser Ähm Motorrad Äh Hose Oder Motorradanzug Da gewesen Also Entschuldigt wenn ich da Eben Quatsch erzählt habe Ja auf alle Fälle Ist es so Äh wir Schlagen Wohlgen Wir müssen ja zweimal Gegen antreten Äh Ocelot Scheißt momentan Ziemlich auch auf Wohlgen Weil er Äh zieht sich auch zurück Äh und Ähm Es ist so Ähm Wir schlagen Wohlgen Er ist nicht tot Er ist nur geschwächt Aber wir können die Zeit Nimm nutzen Um abzuhauen Weil die C4 Äh Oder die C3 Ist in dem Fall Ähm Die sind ja noch da Und die ticken weiter Vor sich hin Und die gehen auch hoch Äh Und wir Wir treffen Eva Und Eva meint Sie hätte mit dem Boss geredet Der Boss hat sie laufen lassen Und der Boss wartet am See Auf Big Boss Gut Äh Sie hat ihr Motorrad wieder Und wir Versuchen zu entkommen Aber leider sehen wir Wie die Halle auseinander gepflückt wird Nicht nur durch die Explosion Sondern auch durch den Checkout Wo jetzt Wohlgen drin sitzt Aha Und Wohlgen jagt uns Durch die halbe Basis Die dann von Wohlgen Und seinem Checkout Platt gemacht wird Inklusive Tut er seine eigenen Leute killen Ist echt besoffen ey Also ist es cool gemacht Die Szene Also die ganzen Die Verfolgungsjagd Die Verfolgungsjagd Geht über die ganze Flugbahn Wo eigentlich der Checkout Äh sein sollte Und der Checkout Verfolgt uns Ohne Ende Wir müssen auf den draufschwarten Utsloth verfolgt uns auch noch Aber der wird von Wohlgen Kurzerhand abgeschüttelt Wir gehen über die Brücke rüber Nehmen das Scharfschützengewehr Und schießen das C3 kaputt Wo der Checkout gerade rauf geht Und der Checkout sauft ab Weil er ins Wasser fliegt Weil Unter der Brücke war natürlich Wasser Und ähm Wir denken Oh super Jetzt haben wir es hinter uns Nix da Wohlgen kommt dann Kommt dann wie Kommt dann ohne Ende Durchgestartet Und fliegt über die Luft hinweg Über uns drüber hinweg Halt mit den Checkout Und sagt Na Noch nicht Noch ist nix beendet Und ähm Ja Wir müssen mit dem Raketenwerfer Müssen wir jetzt den Checkout platt machen Was uns gelingt Weil wir zweimal antreten müssen Weil Einmal müssen wir Eine Öffnung hinten Am Checkout platt machen Äh äh Anschießen Und des anderen Bei der zweiten Variante Ähm Tut sich Iva als Lockvogel bereitstellen Und Wohlgen jagt sie Weil Wohlgen Ähm Ich sag mal Wir haben den Checkout Beim ersten Mal so beschädigt Dass er selber nicht mehr funktioniert Also hat sich Äh Wohlgen gedacht Okay Ich geh jetzt raus Stell mich auf dem Checkout Knall meine Arme rein In den Checkout Und äh Steuere den selber Mit meinen Blitzen Was ist denn so ein Checkout Kannst du mir das mal erklären Das hat so ein Flugzeug oder was Naja das ist Äh Das ist Brauchst du bloß Äh Zugbegriff Metal Gear Solid 3 Und Checkout eingeben Dann siehst du wie er aussieht Einfach Einfach Metal Gear Solid Metal Gear Prototyp eingeben Dann Dann siehst du Wie er aussieht Das ist ja Metal Gear Prototyp Ähm Und ja Ja Sieht aus wie ein Panzer Und den er Den er dann Äh Umbauen kann Äh 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 Das sieht aus wie so ein Wenn er auf zwei Oder vier Beine laufen soll Keine Ahnung ob ich das jetzt richtig Griemen hab Jacker Hot Na Wenn nicht Äh Tue ich's nach dem Ja Ich Wie gesagt Dann Metal Gear Prototypen Also Metal Gear Solid 3 Und dann Metal Gear Prototyp Prototyp Da müsst ihr auf ein Bild Dann auch Prototype Ja Prototype Und dann Checkout Prototype Nein nein Einfach nur Prototype Dann taucht der schon auf Außer du hast vorher Metal Gear Solid 3 eingegeben So ein Kampfanzug Irgendwie so eine Frau so eine Weiße So eine Eva Ja so eine halbnackte Frau Die hat so eine Schlange Auf dem Schlangennarbe Ach ne das ist der Boss Ja The Joy So ihr Cobra Unit Name The Joy Ja Ne ich Ich zeig's Ich seh's jetzt Ich seh's jetzt Ich Ja und Ja wir waren halt Ähm Shago Hot heißt das Ja Shago Hot heißt der Ja Ich hab mit J geschrieben Ne 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 S C H A G A O D Glaube ich Shago Hot S H A G O H O D Jack Hot Ja ich ich warte mal Ich zeig dir dann das Bild Wenn wir Teil 3 beendet haben Dann zeig ich dir mal das Bild Leg dir ein Dann kannst du einmal während der Während du quatschst Äh Dir einmal schauen Kannst du mir ja sagen Ob das das Ding ist Äh Warte Ja 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 Das ist was Das ist gut Brauch ich nicht mehr sagen Ähm Das ähm Wie gesagt Bei der zweiten Variante Knallt Wurgen seine Arme In den Shago Hot Weil der geht ja nicht mehr Also tue ich mit den Blitzen Jetzt den Shago Hot Steuern sagt er sich Und verfolgt jetzt Iva Die sich als Lockvogel Bereitgestellt hat Und wir müssen jetzt Mit dem Raketenwerfer Ungeahnt jetzt mal Wurgen selber jetzt Mit der Rakete beschießen Um ihn auszuschalten Das kann je nach Schwierigkeitsgrad Gut oder schwierig Äh leicht oder Oder schwierig werden Auf alle Fälle schaffen wir das Und Wurgen Ähm Dacht sich Äh Ihr glaubt doch wohl nicht Dass ich mich vom Blitz treffen Äh Äh Beindrucken lasse Oder töten lasse Weil es regnet mittlerweile Ja und er hat den Fehler begangen Er ist noch mit Er ist noch auf so Metalldings drauf Und ist noch mit dem Metalldings verbunden Und die Blitze die Ja Ja Und die Blitze die treffen ihn gnadenlos Und es nimmt kein Ende Er müsste eigentlich da hinschmoren Jaja Er schmort auch vor sich hin Okay Gut Dann haben wir dieses auch schon mal Ähm Big Boss Big Boss Äh Hat nur einen Kommentar Und sagt Äh Geschmoren Äh Gebraten Oder geschmort Vom Blitzen Ein passendes Ende Sagt er bloß noch Oh Mann Und ähm Ja Beide sind froh Dass Wolken tot ist Als Spieler ist man eigentlich auch froh darüber Und äh Man haut dann ab Äh Weil die Reste Von Wolgens Einheit Jagen uns jetzt erstmal Durch den Wald Durch Gebirge Bis wir bemerken Oh Der Treibstofftank ist im Arsch Und wir fliegen Ja Wir fliegen von der Klippe Und stürzen auf so ein Auf so eine Auf so ein Ähm Naja Wie sagt man Auf ein paar Äste Und äh Iva wird durchbohrt Au 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 Und ähm Ja wir können uns heilen Aber Iva müssen wir auch heilen Weil Sie kann jetzt nicht mehr so Weil sie ist jetzt angeschlagen Sie ist durchbohrt worden Und wir mussten sie heilen Und jetzt kommt hier Ja Füttern Jetzt kommt der Trick Und noch nicht füttern Du musst trotzdem von den Ein russischen Einheiten Die euch verfolgen Entkommen Und man musste Wirklich Immer wieder Rationen Ähm Ähm Der Iva geben Weil Dadurch dass sie verletzt ist Verbraucht sie auch mehr Äh Kondition Und mehr Energie Du musstest immer wieder Also spielen wir quasi für zwei Charaktere jetzt Ne 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 Einen Aber du musstest Sie quasi immer in die Hand nehmen Mit Dreieck oder so Hat man das glaube ich gemacht Komm mal her du Kleiner Und äh Und ist so Du musstest dann über gewisse Klippen ihr helfen Ähm Es ist schwierig Weil wirklich Ihre Energie geht sehr schnell runter Dadurch dass sie verletzt ist Und ähm Äh Es kommt auch drauf an Wie gut man gemanagt hat Vorher mit der Ration Und äh Es ist so Dann Findet man mehrere Einheiten Die man ausschalten muss Die im hohen Gras sich verstecken Oder so Man läuft dann halt Gegen Äh Unter Durch verschiedene Gebiete mit ihr Bis man am See ankommt Wo sie Das Flugzeug Was bereit steht Ähm Äh Schon mal anschmeißen tut Und wir müssen uns den Kampf Gegen den Boss stellen In so ein In so ein Meer von Äh In so ein Meer von Weißen Blumen Und ähm Weil das sind ihre Lieblingsblumen Und äh Es ist so Ähm Sie steht dann da Hat einen weißen Anzug an Und erzählt erstmal Was sie so erlebt hat Äh Warum sie sich Wulgen angeschlossen hat Und ähm So weiter und so fort Erzählt auch über die Philosophen Dass die Vorher die Macht hatten Dass die alles kontrolliert haben Dass ähm Dass äh Dass sie ein Kind mit des Sorrow hatte Und das Kind wurde von den Philosophen entführt Und ähm Ja äh Die Philosophen haben sie irgendwann aufgelöst Und sie hat versucht Sie ist jetzt Äh Sie hat jetzt Wulgen äh geholfen Weil sie wollte das Erbe der Philosophen Und damit die Philosophen einigen Oder vereinen Und ähm Ja es ist so Sie Sie möchte Sie muss Äh Sie hat gesagt Ähm Dass Dass Big Boss Ähm Sich Äh Ihr stellen muss Weil zum einen Es gilt die Missioner nicht als verfüllt Weil sie muss sterben Weil sonst Das akzeptiert sonst Äh Die russische Regierung sonst nicht Und sonst gibt es trotzdem Nuklearschlag Obwohl Wulgen tot ist Und so weiter Weil die wollten einen Beweis haben Dass die Amerika Nichts damit zu tun hat Und am besten soll es was Schmerzvolles sein Also am besten Die Boss töten Dann würde man zeigen Dass man nichts damit zu tun hat Und Ja Dieser Kampf ist echt schwierig Finde ich Weil zum einen hast du Zeitdruck Weil das läuft Die Zeit Du hast keine Zeitanzeige Aber du hast trotzdem Zeitdruck Weil ich glaube Nach 10 Minuten Siehst du bloß noch Dass du gestorben bist Weil Weil trotzdem Khrushchev Oder wie der Präsident Der russische Präsident heißt Nuklearschlag Nach Krosnigrad angefordert hat Und das ist ja natürlich Nuklearschlag Geht ja nicht nur ein Kilometer Es geht ja mehrere Kilometer lang Und das trifft automatisch Schneck und Big Boss dann auch Und es ist so Du hast dann Zeitdruck Und du musst sie besiegen Weil sie Hat Nachkampftechniken Sie kann dir die Waffen kaputt machen Sie kann dir Sie kann Wortwörtlich Ist mir passiert Sie kann dir deine Waffen kaputt machen Die du hast Sie kann im Kampf Dein ganzes Inventar Leerräumen Dass das alles Durcheinander geflogen wird Das heißt Du hast dann damit zu tun Erstmal dein halbes Inventar Wieder aufzusammeln Weil Sonst kannst du sie nicht töten Und Und Wenn du sie triffst Du musst wirklich Nachkampftechnik einsetzen CQC heißt das in dem Fall Close Quarter Combat Ich kann das nicht aussprechen Mann Ihr wisst schon was ich meine CQC heißt das abgekürzt Nachkampftechnik Die Big Boss Und Naked Snake Beziehungsweise Big Boss Entwickelt haben Gemeinsam Damit musst du sie überwältigen Und musst wenn es am Boden liegt Einfach eine Knarre Ziehen und auf sie Drauffeuern ohne Ende Damit sie stirbt Und das musst du mehrmals machen Weil sie kann sich auch gut verstecken In dem In dem Blumenmeer Und so weiter Weil sie halt diese weiße Rüstung an hat Und Wenn du das geschafft hast Kommt eine Sequenz Wo sie Wo sie sagt Es gibt nur Platz für einen Boss Und für einen Snake Und Sie möchte jetzt Dass du sie tötest Und sie gibt dir Ein Patriot in der Hand So ein Patriot ist halt Wie soll ich das sagen So eine Art Militärische Waffe Also so eine Art Gewehr Wo du draufhauen musst Aufschießen musst Auf sie So eine Art